Der tapfere Felix und das gestrandete Mäuschen – ein Abenteuer in Autowill Es war einmal ein kleines, aufgewecktes Auto namens Felix. Felix war ein leuchtend rotes Auto mit blitzenden Scheinwerfern und einem fröhlichen Lächeln auf der Motorhaube. Er lebte in der freundlichen Stadt Autowill, wo alle Autos glücklich miteinander lebten. Eines Abends, als die Sonne langsam hinter den Hügeln verschwand und der Himmel in warmen Farben erstrahlte, konnte Felix einfach nicht einschlafen. Er hatte so viele aufregende Abenteuer erlebt und konnte vor Vorfreude kaum ruhig liegen. Er beschloss, eine kleine Nachtwanderung zu unternehmen. Felix rollte leise die geplasterten Straßen hinunter, vorbei an den schlafenden Häusern und den sanft schnarchenden Autos. Plötzlich hörte er ein seltsames Geräusch aus einer dunklen Gasse. Neugierig wie er war, bog er um die Ecke und entdeckte eine kleine gestrandete Maus. Die Maus saß traurig und verängstigt neben einem kaputten Reifen. Felix näherte sich behutsam und fragte, Hallo, kleine Maus, was ist passiert? Kann ich dir helfen? Die Maus blickte ängstlich auf und erzählte, dass sie sich verlaufen hatte und den Weg nach Hause nicht mehr fand. Felix, der ein hilfsbereites Auto war, sagte, Keine Sorge, ich werde dich sicher nach Hause bringen. Er bot der Maus an, in seinem bequemen und gemütlichen Innenraum Platz zu nehmen. Die Maus kletterte aufgeregt hinein und Felix setzte seine Reise fort. Die beiden fuhren durch enge Gassen, über Hügel und durch dunkle Wälder. Felix war mutig und ließ sich nicht von unheimlichen Geräuschen oder schattigen Gestalten einschüchtern. Er wusste, dass er die Maus sicher nach Hause bringen musste. Schließlich erreichten sie eine kleine Baumhülle am Rande des Waldes. Die Maus bedankte sich bei Felix und erklärte, dass dies ihr Zuhause sei. Sie sprang aus dem Auto und winkte Felix fröhlich zu. Danke, lieber Felix. Du bist der mutigste und freundlichste Freund, den ich je hatte. Felix lächelte stolz und fuhr langsam zurück nach Autowill. Auf dem Rückweg begegnete er seinen Freunden, den anderen Autos. Sie waren besorgt gewesen und hatten sich Sorgen gemacht, als er verschwunden war. Felix erzählte ihnen von seinem aufregenden Abenteuer und wie er der kleinen Maus geholfen hatte. Alle Autos waren beeindruckt von Felix, Mut und Freundlichkeit. Sie feierten seine Rückkehr mit einem großen Fest in Autowill. Felix wurde zum Helden der Stadt ernannt und erhielt eine goldene Auszeichnung für seine Tapferkeit. Nach all der Aufregung und dem Jubel kehrte Felix schließlich zu seinem Parkplatz zurück und legte sich zur Ruhe. Er war erschöpft, aber glücklich. Felix wusste, dass er einen Unterschied gemacht hatte und dass Freundschaft und Hilfsbereitschaft die Welt zu einem besseren Ort machten. Und so schloss Felix seine Augen und fiel in einen tiefen, erholsamen Schlaf. Die Sterne funkelten am Nachthimmel und eine sanfte Brise strich über Felix' glänzende Karosserie. Während er schlummerte, träumte er von neuen aufregenden Abenteuern, die auf ihn warteten. Am nächsten Morgen erwachte Felix voller Energie und Vorfreude. Er streckte sich ausgiebig und wusste, dass er bereit war, wieder neue Geschichten zu erleben. Mit einem aufgeregten Grinsen auf seinem Gesicht machte er sich auf den Weg, um seine Freunde in Autowill zu treffen. Die anderen Autos begrüßten Felix mit Begeisterung und erzählten von den Ereignissen des vergangenen Tages. Doch Felix hatte eine Überraschung für sie alle. Er berichtete von seinem nächtlichen Abenteuer mit der kleinen Maus und wie er ihr geholfen hatte, nach Hause zu finden. Die Autobande war beeindruckt von Felix' Tapferkeit und Hilfsbereitschaft. Sie beschlossen, dass sie zusammen noch mehr Gutes tun konnten. Gemeinsam planten sie, einen Wohltätigkeitsmarkt zu veranstalten, um Geld für bedürftige Autos und Tiere zu sammeln. Sie bastelten Plakate, planten Spiele und luden die gesamte Stadt ein. Der Tag des Wohltätigkeitsmarktes kam, und Autowill verwandelte sich in ein buntes Fest. Die Autos genossen Spiele und Leckereien und spendelten großzügig für den guten Zweck. Felix und seine Freunde waren überwältigt von der Unterstützung und der Freude, die sie verbreiteten. Nach dem erfolgreichen Markttag feierten die Autos ihre gemeinsame Leistung. Sie erkannten, dass es nicht nur die großen Abenteuer waren, die das Leben bedeutungsvoll machten, sondern auch die kleinen Taten der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Von diesem Tag an wurden Felix und seine Freunde zu Helden von Autowill. Sie waren nicht nur Autos, sondern wahre Vorbilder für Freundschaft, Mitgefühl und den Glauben daran, dass jeder Einzelne einen Unterschied machen kann. Und so endet die Geschichte von Felix und der Autobande. Sie lebten glücklich und voller Abenteuerlust in der kleinen Stadt Autowill, wo sie immer bereit waren, anderen zu helfen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Gute Nacht, liebe Kinder, und träumt von spannenden Abenteuern, die auf euch warten.